Hier sehen wir den Tisch Origin. Das ist ein Outdoor-Ess-Tisch-Tisch-Tisch-Tennis-Platte. Das heißt, dieser Tisch macht beides. Auf der einen Seite kann man natürlich essen. Wenn man die Teller nachher entfernt, kann man das Netz draufsetzen und hier wunderbar Tischtennis spielen. Es handelt sich um eine Tischtennis-Platte mit einer Hartz-Laminat-Oberfläche. Das heißt, die, die auch auf normalen Outdoor-Tischen verwendet werden. Und die hat einen sehr guten Ballabsprung. Das heißt, man findet hier das Spielgefühl, was man auch von einer normalen Tischtennis-Platte kennt. Das kleines Gimmick bietet der Tischtennis-Platte ein Staufach in Form einer magnetischen Schublade. Das heißt, hier können die Schläger verschwinden oder auch das Netz, wenn es nicht benötigt wird, kann das hier mit reingesetzt werden. Wir haben auf diese Tischtennis-Platte 10 Jahre Garantie und wir sorgen dafür, dass die Ersatzteile insgesamt 20 Jahre zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn auch nach 15 Jahren etwas mit dem Tisch ist, kann bei uns die Ersatzteile bestellt werden und diese vom Kunden dann einfach ganz normal ersetzt werden.